Für ein abwechslungsreiches Training mache ich mit meinen Fähren regelmäßig Stangenarbeit und suche mir dafür passende Übungen in der Happy Horse App raus. Das Trapez kannst du in deinem Training nutzen, um die Hinterhandaktivität, Stellung, Biegung und Aufmerksamkeit zu schulen. Dafür legst du vier Trappstangen mit ca. 1,20 Meter Abstand hintereinander. Links und rechts platzierst du auf gebogener Linie zwei weitere Stangen. Reite zuerst über die Trappstangen und biege dann ab, um über die Stangen auf gebogener Linie zu reiten. Achte hier auf korrekte Stellung und Biegung und mache zwischendurch einen Handwechsel. Mit jeder Wiederholung wirst du merken, wie dein Pferd immer lockerer und aktiver in deiner Hand wird. Viel Spaß beim Nachreiten!